Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Itemshop-Watches hier auf Gidnews.de. Ich zeige euch heute den Halbmond Kano-Skiff-Skin. Dabei handelt es sich um den ersten Skin außerhalb des Vorbesteller-Paketes für unser Skiff. Ich gehe mal in die First Person Ansicht, damit wir das Skiff besser sehen können. Und da habe ich es für euch beschworen. Der Skiff an sich ist ein Kano, wie es der Name schon sagt, das dann in einem sehr großen Ausläufer endet, das für uns eine Laterne hält. Wir werden uns das Skiff gleich nochmal genauer angucken. Erst einmal gehe ich für euch die Farben durch. Die Skiffer haben einen eigenen Reiter für die Farben bekommen. Und hier gehen wir erst einmal auf alle Farben neutral. Und dann färben wir sie für euch ein. So, fangen wir an mit dem Farbkanal oben links. Den nehme ich in Rot. Und der färbt unsere Spitze und unser Unterteil ein. Genauso wie die Reling rechts und links. Ihr seht hier schon, dass die Farbe nach hinten in die andere Farbe überlaufen wird. Das werden wir gleich nochmal besser sehen. Als nächstes nehme ich die grüne Farbe und färbe damit den Farbkanal oben rechts ein. Damit verfärben sich die Außenseiten rechts und links. Sowie bei der Lampe, der Boden und die Decke. Als dritte Farbe nehme ich das lila. Und hier seht ihr, dass sich vom Innenraum die Sitzflächen verändert haben. Wir haben jetzt hier wunderschöne lila Sitzflächen. Und als letzten Farbkanal, da nehme ich für uns die Banane unten rechts. Und hier seht ihr, wie sich der Ausläufer gelb gefärbt hat. Genauso wie die Wellenverzierung an der Seite. Und im Übergang hat sich jetzt die rote und die gelbe Farbe zu einem wunderschönen Orange gemischt. Das Ganze wende ich jetzt nochmal an. Und so sieht das Ganze dann auch ingame aus. Ich werde nochmal Platz nehmen. Und ein bisschen rauszoomen, damit ihr das Ganze auch besser sehen könnt. Und so sieht das Skiff dann in sich aus. Beim Fahren selber haben wir dieselben Geräusche und Animationen wie bei allen anderen Skiffen auch. Und ihr seht schon, meistens sieht man es von hinten. Ich lande kurz mal an. Und schon haben wir unsere Rundreise beendet. Da haben wir das Gift noch einmal in voller Blüte. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck vermitteln. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020